Ich bin Mira Schneiders, ich bin Forscherin an der Universität Oxford im Bereich Public Health und ich unterstütze die Aktion Faire Straßen, weil regelmäßige körperliche Betätigung wichtig ist für unsere Gesundheit. Zum Beispiel kann dadurch unsere Herz-Greiflauf- und Atemwegsgesundheit und auch unser Immunsystem gestärkt werden. All das ist wichtig in Zeiten von Corona. Außerdem kann regelmäßige Bewegung im Freien an der frischen Luft auch unser Nervensystem beruhigen und Depressionen und Angstzustände reduzieren. Auch das ist besonders wichtig in Zeiten von Corona, denn viele Menschen leiden jetzt unter erhöhtem Stress- und Angstzuständen. In Städten haben aber viele Menschen nicht den Luxus eines eigenen Gartens oder eines Balkons und sind daher auf den öffentlichen Raum angewiesen, um nach draußen ins Freie zu kommen. Aufgrund der andauernden Kontaktbegrenzungen kann dies aber momentan eine richtige Herausforderung sein, denn viele Bürgersteige und Straßen sind voll und eng. Wir müssen also sicherstellen, dass jetzt zu Zeiten der Pandemie alle Menschen sicheren Zugang zum öffentlichen Raum haben und dadurch ihr Ansteckungsrisiko mit Corona nicht erhöht wird. Wir brauchen also mehr Platz auf den Straßen, um einen fairen und sicheren Zugang zum öffentlichen Raum zu gewährleisten. Und deshalb plädiere ich für faire Straßen.